1258 kam Burg Spantekow in den Besitz der Familie von Schwerin. Ob er der Bauer ist, ist nicht erwiesen. Durch kriegerische Einwirkungen heruntergekommen, erbaut ab 1558 der Großhofmeister Ulrich von Schwerin in neunjähriger Bauzeit, zusammen mit seiner Frau Anna, geborene von Arnim, die Burganlage auf dem ursprünglichen Gelände nach den alten Plänen völlig neu. 1634 fällt Spantekow durch den Tod von Vivikens von Schwerin an Erich Graf von Steenburg, verheiratet mit dessen Schwester Katharina. Während des Dreißigjährigen Krieges 1618 bis 1648 bietet die Burg Widerstand gegen die kaiserlichen Völker. Sie lagerten im Park, daher der Name Kaiserkoppel. 1677 wurde die Burg durch die Brandenburger in ihrem Krieg gegen die Schweden belagert und eingenommen. Der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg ließ das Hauptgebäude der Burganlage sprengen. Die Burkkirche am Fuß des Hügels und die beiden Seitengebäude blieben stehen. Jedoch brannte die Kirche 1748 gänzlich nieder. Mauerreste der ehemaligen Gringburg sind heute noch zu sehen. 1715 enteignete Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig Steenburg, wegen Philonie, vorsätzlicher Treubruch, woraufhin die Begüterung königlich-preußische Domäne werden. 1738 klage durch Generalfeldmarschall Graf Kurt Christoph von Schwerin gegen den Landesherrn auf Rückgabe. 1820 erwürgte der Landrat Heinrich Graf von Schwerin als Putzer einen Kabinettsbefehl durch König Friedrich Wilhelm III., durch den eine rechtliche Entscheidung angeordnet wurde. 1833 schließlich wird die Burg und die Güter Spantekow, Rebelow und Drevelow nach 199 Jahren und einem Prozess von 99 Jahren durch Rückgabe und Entschädigung von 40.000 Talern wieder Eigentum der Familie von Schwerin. 1895 Auszahlung der Familie durch Albert Julius Graf von Zieten von Schwerin, dessen Sohn Hans Bohne wird alleiniger Eigentümer der Burg und der Begüterung Spantekow, Rebelow und Drevelow. 1945 erneute Enteignung durch die sogenannte Bodendorfhorn. 1999 Rückgabe auf der Burg durch Kasper Freier von Hannier, Enkel und Erbe von Hans Bohne von Schwerin. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020